So, sind die Pfötchen jetzt fertig? Ja, die sind durch, Daniel. Bitte? Die sind schön gegangen. Wie bitte? Sie sind weggegangen? Pingo, die Pfötchen sind weggegangen. Oh, weggegangen? Nein, ich sehe sie doch hier noch. Nein, die sind die Brötchen schon. Gehen? Was könnt ihr sagen? Die Brötchen sind aber gut gegangen bei einem Teig, der hochgeht. Und deswegen sagen wir, die sind aber gut gegangen. Oh, jetzt mache ich mal den Pfurfen auf. Mit meinem kalten Flügel. Oh, Aua! Ich glaube, ich hole lieber einen Pfurpflappen. Oh, mein Flügel rum. Mache ich richtig meinen Flügel rein. Pinky, fang auf mich auf, okay? Oh, ich bin runtergeflogen. So. Oh, die sind aber lecker aus. Oh, da werde ich gleich eine Stiebitzen. Aua, Aua! Pinky, komm mal her! Aua! Bis zum nächsten Mal.